Hallo ihr, ich stelle euch heute die Spiele-App Subway Surfers vor. In dieser App geht es darum, einem Graffiti-Sprayer zur Flucht vor einem Polizisten mit seinem Hund zu verhelfen. Wenn ihr die App öffnet, kommt ihr auf die Hauptseite, wo ihr auch direkt mit dem Spielen beginnen könnt. Hier findet ihr Missionen und die Daily Challenge. Wenn ihr diese erfüllt, bekommt ihr eine Belohnung. Wenn ihr euren Charakter ändern wollt, drückt ihr hier und könnt dann zwischen verschiedenen auswählen. Ein großer Nachteil der App ist die viele Werbung, die nervt nämlich ziemlich. Um ein Spiel zu starten, tippt ihr auf den Bildschirm und wischt entweder nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten, um den U-Bahnen und Schranken auszuweichen und Münzen einzusammeln. Mit den Münzen könnt ihr dann nämlich im Shop Zusatzfunktionen kaufen. Freigegeben ist das Ganze ab neun Jahren. Zu möglichen Gefahren im Hinblick auf den Datenschutz solltet ihr euch auf jeden Fall aber vorher informieren. Mehr Infos zu dieser Spiele-App, Subway-Surface und dem Datenschutz findet ihr auch im Apps-und-Oops-Bereich auf www.handysektor.de Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald!